Hier ist der Nutopia Podcast Nummer 37 vom 4. April 2015 bei warmen 10 Grad, bin ich der Nick de Green und mit Zugleich über Skype ist der Leonhard, ach ne der ist ja gar nicht dabei, das hab ich ja gestern schon erklärt, der ist jetzt gerade nicht in der Lage, hat nicht die Zeit, nicht die Motivation dazu weiter zu machen. Darf habe ich mir aber heute eine weibliche Versteckung geholt und zwar ist das die Sushi, hallo Sushi. Hallo, hier ist die Sushi und ich bin auch aus dem Osten, also es ist ähnlich wie beim Leonardo. Ich freue mich ganz doll, dass du mitmachst, weil du warst ja auch, oder bist ja auch eine treue Hörerin unseres Podcasts, wie bist du denn dazu gekommen, erzähl mal. Also es war, ich höre ja immer Big Brother Radio, können wir ja auch gleich mal Werbung für machen, weil das auch ein richtig geiles Amateurformat ist, was dann immer läuft, jeden Freitag ab 20.30. Der Alex ist auch so eine coole Sau, hat die Leute am Telefon und die haben dann über ihr Gästebuch schrieb dann jemand, ja, horcht mal, es gibt jetzt auch einen Podcast über YouTube. Und dann habe ich draufgeklickt und dann habe ich das gehört und dachte, ach wie geil ist das denn? Ein Podcast nur über Nutopia und jeden Tag fresh, also super. Und ich habe auch jeden Podcast gehört. Oh, wie toll, Dankeschön. Ja, und jetzt bist du plötzlich mittendrin und nicht nur dabei. Ja, mal sehen, was das wird mit uns beiden heute. Na, wird bestimmt gut werden. Okay, also ich hoffe, ihr vermisst den Leonardo nicht allzu sehr. Wenn ihr ihn so sehr vermisst, bitte schreibt es in die Kommentare, dann, das wird sicherlich weiter motivieren mitzumachen. Und im Idealfall können wir das sogar auch ein paar Mal zu dritt oder so machen. Oh, ich möchte auch gern mal mit dem Leonardo sprechen. Das glaube ich dir. Und dann sagt er, hallo Sushi-Troller. Nein, das würde ich ihm vorher verbieten, so. Ja, heute ein warmer, sonniger Tag und es war natürlich das große, oder ist noch am Laufen aktuell, das große Osterfest. Die Besucher sind immer noch da, wo es schon rechtlich spät ist. Ja, die stehen da jetzt alle noch so unmotiviert rum und das Osterfeuer wird ja gleich gezündet, ne? Irgendwie sehe ich da schon was lodern, glaube ich, das ist sogar schon... Nein, das ist ziemlich, ich sehe bloß den André, wie er da sitzt und ich glaube, der malt. Hast du das vorhin mitbekommen, der André wurde ja gebeten, ob er seine Bilder verkauft und er meinte, ne, ne, ich will das lieber versteigern. Ja, ich finde, das ist auch eine richtige Entscheidung, so eine Versteigerung bringt ja viel mehr Geld, wenn die anderen da alle mitbieten. Ja, aber weiß man, ob da andere mitbieten. Ja, man kann es ja erst mal probieren, ne. Ja, aber es ging, glaube ich, um Caros Bildung. Caro wollte wieder, sagte, ich will nichts mit Geld zu tun haben. Andere sagte dann, ja, ich eigentlich auch nicht. Und dann liefen sie wieder zum Dirk und zur Else und, äh, ja, das Kanzlerpaar war dann wieder gefragt, ne? Genau, Caro meinte irgendwie, sie will es auch für eine Banane oder für 10 Euro verkaufen, sie will damit... Das würde mir doch im Traum nicht einfallen. Oder wenn da einer fragt, ich will das Bild kaufen, würde ich sagen, ja, was, was, wie sagt Peemann immer so schön, was ist es dir wert? Was ist es dir wert? Ja, was ist es dir wert? Ja, also André will ja mal gucken, wie die das dann, äh, wie das dann in der Versteigerung, ich meine, die haben ja auch bis jetzt nur einen Versteigerungsslot pro Woche oder so, ne? Ja, nur diese, dieses Gebot der Woche. Ja, was sie da neben die Eingangstür gehämmert haben und wo die Tür dann nicht mehr richtig aufging, ja. Was, glaube ich, immer noch bei 200 Euro steht, oder? Also so viel scheint da auch nicht reinzukommen. Man sieht das jetzt auch nicht, naja, wird ja wahrscheinlich auch nichts durchgelassen. Naja, Talpa, die machen schon was mit den... Ja, aber die sollen ja auch nicht in Saus und Braus leben, ne? Das wollen wir ja nur auch nicht. Ne, dann wäre es ja Big Brother Luxus. Langweilig, langweilig. Und, äh, hast du früher schon, also hast du öfter schon Big Brother Formate geschaut? Wahrscheinlich ja, aber? Aha, ja, klar, ich gebe es zu, ich bin süchtig. Ähm, es gibt aber da extreme Abstufungen, ne? Also Big Brother 7 und 10 fand ich doof. Ich mochte sehr die vierte Staffel. Wer sich erinnert, das war die Staffel The Battle, also wo die nachts manchmal dreimal zum Match raus mussten. Die haben Sandböcke geschleppt, bis sie gekotzt haben. Und du konntest dir nie sicher sein, hast du das Match gewonnen, du warst im reichen Bereich, hast gerade eine Stulle reingewirkt und Zigarette geraubt und dann musstest du schon wieder aufs Match fällen und musstest wieder zurück in den anderen Bereich. Also die kennen die meisten gar nicht, war auch nur eine vierte Jahresstaffel, da war der Ulf mit dabei, der war auch relativ aufwendig. Ach, der Ruf mit dem mit der Platze, ne? Ja, ja, genau, der ruft auch manchmal bei Big Brother Radio noch an. Grüße an Ulf, wenn er es hört. Und natürlich die fünf mit Sascha und Karda, das war ja auch der Oberkracher im reichen Bereich und Carsten. Kannst du dich noch an Carsten erinnern, Nick? Erzähl mal ein bisschen mehr, was war mit dem? Ja, Carsten war, er war schon ein bisschen älter, über 40 und er war Dr. Horror. Dr. Horror war er. Er hatte alle Krankheiten, wusste auch, wie man das behandelt und er aß ja nur Obst und Gemüse und sagte dann ganz offen und ehrlich, ich brauche kein Klopapier. Was? Also er war ein echt, das war echt ein scharfer Typ und immer, wenn was gut aussehendes Neues reinkam, war er sofort verliebt. Er ging sofort in Flammen auf. Aha. Ja. Sag mir jetzt gar nichts, das habe ich wahrscheinlich verdrängt, wenn er so schlimm war. Das kann ich auch sagen. Ach, ach, oberkracher. Das war wirklich ein Kandidat. Keine Ahnung, wo sie den rausgekramt haben. Also viel besser als der Sandy. Auch aus Berlin, Berliner Schnauze. Der hat immer zu dem Team vom Sascha Reich gehört. Okay. Muss ich verdrängt haben. Na, erzähl ich mal weiter, weil über Big Brother kann ich ja stundenlang schwafeln. Dann Big Brother das Dorf, also sechs, fand ich auch ganz gut. Wenn sich Betty da mit ihrem zukünftigen Mann geschlagen hat, das war ja auch immer, da war ja immer was los. Und dann kam Staffel acht und da war der Marcel aus Köthen mit der Mann. Das war auch sehr lustig. Und dann kam Staffel neun mit unserem Berliner, mit Sascha, Sascha Schwan. Das fand ich auch ganz lustig. Ach ja. Ja, ja, danke für mich. Und das ist jetzt so mein Problem, was ich bei Notopia habe. Ich mag die alle gerne. Also es gibt bei mir nicht so richtige Hassobjekte. Aber ich habe auch noch keinen, den ich so richtig, richtig mag. Außer vielleicht Lennart. Lennart. Lennart ist ja auch sehr lustig. Also. Was sehr manchmal. Ich wollte dich nämlich auch noch fragen, ob du schon Favoriten hast, aber dann wahrscheinlich bis jetzt nur Lennart. Da bist du ja dir mit Leonardo dann der gleichen Meinung. Seid ihr der gleichen Meinung. Ja. Dieser Favorit ist ja auch der Lennart, ja. Lennart, der Blotjob-Liebhaber, hat morgens der Andrea erklärt, ich hatte Spätdienst, ich habe es live verfolgt. Mädels, die machen sich immer viel zu viele Gedanken. Sie planen zwei Jahre im Voraus, was sie ihrem Liebsten zum Geburtstag schenken. Zink, Wimpel, sagt er. Einfach morgens vor ihm aufstehen, ein Blotjob. Und wenn er dann unbedingt eine Überraschung plant, fahrt mit uns im Auto und dann noch einen. Und schon seid ihr auf der richtigen Seite. Genau. Er meinte, das ist ein guter Start in den Morgen. Genau. Ja, genau. Macht Männer schon happy. Und mein Mann saß dabei in der Küche, der hatte auch Spätdienst. Und der guckt das nicht, der findet das alles doof. Und der erzählt, und der Lennart erzählt, und der sitzt immer nur da, guckt so versonnen in die Luft und sagt, stimmt, der hat recht. Gott, was. Männer, ihr seid so einfach. Ja, stimmt schon. Also, um Frauen glücklich zu machen, braucht man ganz viele Dinge. Der Mann muss, denke ich, alles machen, alles können, an alles denken, alles verstehen. Aber sicher doch. Ihr sollt uns glücklich machen. Zu mehr seid ihr nicht da. Okay. Na, dann wünsche ich deinem Mann viel Erfolg dabei. So, wollen wir dann mal anfangen, uns an die Notopia-Themen zu machen. Also, gestern Abend war jetzt nicht mehr so viel passiert. Die haben diese Osterhühner noch. Osterhühner sind es ja nicht. Sind ja einfach nur Hühner. Also, die 26 Stück bemalt. Kalle saß bis 3 Uhr nachts noch dran und hat da rumgemalt. Kalle ist ein Stäber und einer, der nicht schläft, oder? Meinte heute Morgen auch, das will er nicht nochmal, dass er so lange wach ist. Aber es war ihm halt wichtig, die Aktion, ne? Ja. Ich stehe ja jeden Morgen mit dem Kalle auf. Also, ich stehe halb 8 auf und dann liegt er immer noch im Bett und dann irgendwann geht er jetzt Zähne putzen und dann, ja, geht er dann langsam rüber in den Stall. Ja, das ist ja auch immer ganz interessant. Ich schlafe ja darum die Zeit immer noch. Aber ich glaube, wenn man Kalle und Peemann morgens beim Melken zuhört, dann kommt das schon... Ja, wie ein paar Waschweiber. Wie ein paar Waschweiber. Da werden sie alle durchgenommen. Aber für eine spezielle Art, ne? Das stimmt ganz interessant. Ja, ja. Also, weiß ich nicht, das müsste ich immer aufnehmen oder so, aber um die Zeit, da bin ich immer noch... Ja, da verpasst du ja den Rest vom Livestream. Ja. Ja, das ist ja immer so ein Ding. Wie macht man es am besten, ne? Ja. Ach, man weiß nicht, wie man es macht. Aber bin ja schon froh, dass es 24 Stunden läuft, außer die über eine Stunde Cut-Zeit immer jeden Tag. Das ist ja auch schrecklich. Ja, gibt es da jetzt schon eine feste Zeit? Bei Promi Big Brother war es so, da war immer von 7 bis 8 abends war Cut. Ach, während die Show im Fernsehen lief? Wahrscheinlich, ja. Ähm, nee. Da war irgendwie Schichtwechsel oder Stevenwechsel oder wie auch immer. Da war dann immer der Hamster zu sehen. Und dann konnte mir Ronald Schill nichts einflüstern. War übrigens auch eine ganz starke Staffel, die letzte Promi Big Brother-Staffel. Sehr gut. Ronald Schill hat es gerissen und der Hubsinator. Also, ich fand den Hamster am besten. Ja. Ah, der hat ja nachts immer gewürt, ne? Ach komm, lass uns weiter machen, wir nur Tobia. Ja, genau. Sonst sagen wir doch, hä, ist doch hier kein Big Brother-Podcast. Ja. Okay, ja. Dann gab es heute Vormittag wieder Briefe für alle Bewohner. Ich habe gelesen, sie sind gefeind, ne? Alle. Ja, viele waren traurig. Ich glaube, die Tatjana hat erfahren, dass ihre Katze weggelaufen ist. Hm. Ja gut, das ist dann schon blöd, ne? Weil du sitzt ja da drin fest und kannst nichts machen. Ja, und die haben aber alle gar nicht so viel über ihre eigenen Briefe geredet. Das war ein bisschen schade, dass wir da nicht so viel mitbekommen haben. Es wurde ein Brief vorgelesen, laut vorgelesen, der war von Isolde. Ah ja, da habe ich ein bisschen was gehört. Erzähl mehr, bitte. Ja, Isolde hat also geschrieben, übrigens best war am Ende, sagt sie noch, übrigens schöne Grüße auch von Enrico. Also geht bei denen wahrscheinlich doch noch was. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass sie sich danach nochmal draußen sehen. Ja, wie man das auch immer will. Ja, aber ich fand das, warum nicht? Ist doch in Ordnung. Männer können das doch auch. Also, pfff. Und Enrico war ja wirklich nicht so abgeneigt, meiner Meinung nach. Sah nicht so aus, als ob er abgeneigt wäre, ne. Ne, und sie ist sicherlich geschminkt und mit den Haaren ordentlich. Sicherlich immer noch eine Frau, die man sehr gut anschauen kann. Aber wie alt war Isolde? 50, oder? 55, glaube ich. 55, glaube ich. Also mit ein bisschen Pimp-Up. Doch. Naja, meistens auch umgekehrt halt, dass die Männer die jüngeren Frauen nehmen. Aber naja, jedem das eine. Ja, Sugar Daddy. Ich suche nach einen, hallo. Kannst du dich bitte hier melden, ja, in die Kommentare? Hallo, du hast doch einen. Ach, man kann nie genug haben. Oh, naja. Da war übrigens im amerikanischen Utopia war eine, die total, jetzt komme ich nicht auf das Wort, jedenfalls polyamorous, genau so war das. Und die meinte, sie kann auch, sie ist schon reinkommen, hatte schon, glaube ich, drei Männer. Und meinte, sie kann also nie genug haben. Ach so. Oh, kam sie von den Mormonen, oder was? Eigentlich ist es ja immer nur üblich, dass die Männer da mehrere Frauen haben. Ja, irgendwie so kamen die aus der Region, glaube ich, wo die Mormonen sind, ja. Die war auch ganz hübsch, also war hübsch anzusehen. Ja, mir geht es wirklich nur ums Geld, um mehr geht es nicht. Ach so. Und da könnte mein Mann davon auch akzeptieren. Äh, okay. Gut, machen wir weiter bei Isolde's Brief. Dann hat sie noch geschrieben, dass sie es mit dem Bikertreffen halt doch ruhig noch versuchen sollen, auch wenn sie nicht mehr drin ist. Sie hatte ja damals irgendwie so ein Bikertreffen angeregt, wo die dann alle mit ihren Harleys und Motorrädern kommen. Oh, cool, ja. Sie meinte halt, Biker tauschen halt auch gerne schon mit dem Schwundchen. Getragene Schlüpfer und Strümpfe oder was? Ja. Und ansonsten, dass sie die weiter unterstützt und dass die sich doch ein bisschen, ja, wieder einig werden sollen. Aber sonst stand auch nicht so viel mehr in dem Brief drin. Den hatte Tatjana übrigens ganz schnell vorgelesen. Ich weiß auch nicht warum, aber nein. Aha. Ja, und dann war auch nicht viel weiter passiert. Es waren halt noch ein paar Vorbereitungen fürs Osterfest. Dann kamen die zwei, also wir kennen ja bisher diesen Sebastian mit den Cocktails. Und der hatte sich noch weibliche Verstärkung mitgebracht. Ach, den sehe ich gerade, ich habe den noch nie gesehen. Hast du noch nie gesehen? Doch, ich habe den gesehen, na klar, weil Sandys auftritt, na klar. Ja, ja. Doch, jetzt fällt es mir ein. Ja. Und die beiden haben ein bisschen vorbereitet, wussten aber nicht, wie sie Grapefoods schneiden oder halt in das Cocktailglas reinbekommen oder so, keine Ahnung. Bis dann Aurita sagte, naja, ich schneide einfach nur durch und löffle die dann aus. Und dann meinten die so, ah, okay, dann machen wir das mal so. Aha. Achso, sie sind dann auch noch Neulinge. Okay. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass... Aber ohne Aurie läuft es da drinnen einfach nicht, ne? Die Mutti der Kompanie. Ja, sie ist so Generalstabsfeldwebel und... Ja. Aber nimmt sich ja ein bisschen zu viel Stress auf und dann meckert sie immer, dass sie so viel machen muss. Aber wie meintest du... Ja, aber sie mag es halt ordentlich und... Ja, und sie weiß, Kinder brauchen einen geregelten Tagesablauf und Regeln. Und das hat sich Aurie eindeutig auf die Fahne geschrieben. Und Sandy meint ja gestern oder vorgestern, dass er denkt, dass sie als Kind, weil sie da im Heim aufgewachsen ist, vielleicht nicht so viel Lob bekommen hat. Und seine Theorie war, wenn die anderen Kinder schon beim Essen waren, hat sie immer noch halt gearbeitet, sauber gemacht und was gemacht. Und er denkt sich das so, dass sie da halt sehr viel Lob von den Erziehern bekommen hat und deshalb so geworden ist. Also das ist so seine Theorie, warum die Aurie zwar so ist. Und Steffen meint ja sogar, sie hat ADHS, was ich jetzt nicht glaube. Ach, Quatsch. Nee, das ist doch Quatsch. Das ist einfach eine Frau mitten im Leben, die schon ein bisschen was erlebt hat und weiß, wenn das Chaos regiert, dann wird es auch nicht besser. Also, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich eher die faule Socke, aber da würde ich auch sehen, dass das alles ein bisschen ordentlich ist. Und sie ist ja auch die Einzige immer gewesen, neben Steffen, die gesagt hat, wir brauchen hier eine Waschmaschine. Ich sehe, dass sie hier tagelang die gleichen Klamotten anhaben und jeder nur zwei Paar Strümpfe, zwei Paar Schlüpfer hat. Also, bitte, ist ja eklig. Also jetzt hast du ein bisschen geklungen wie Aurica. Ja, doch, das ist aber so. Ich mag es dann auch ordentlich und sauber. Wenn dann bei mir jemand ins Büro reinkommt und dann denkt man, oh, wenn der dann schon so, oh, nee, lass den wieder rausgehen. Mach's gut. Hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Aber gestern meinte jemand, ihr riecht gar nicht so schlecht. Ihr riecht eigentlich ganz gut. Ja, sie haben ja Dio und alles, ne? Aber trotzdem, nee, das riecht trotzdem alles muffig. Kann mir einer erzählen, was er will. Oder das ist, sie riechen so, wie sagt man denn, Pheromone? Pheromone, die man so unterbewusst aufnimmt. Vielleicht strömen sie das aus, sind ja alle untervögelt da in den Beinen. Ja, aber die waren ja von draußen. Ich glaube nicht, dass die da zu wenig Sex hatten. Nein, ich meine, wenn der Besucher sagt, ihr riecht ganz gut. Und, naja, kann sein, wir wissen es nicht. Das ist aber ein anderes Thema. Er kann uns ja mal Bericht erstatten. Aber ich wollte dich fragen, hast du dann überlegt, da reinzugehen? Nein, 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 das ist nichts für mich. So öffentlich bin ich dann auch nicht. Ich rede jetzt gerne mal mit dir, aber, nee, mich würden nie, da glaube ich, gleich alle hassen. Ich rede erst und denke später, also, nee. Das machen ja einige. Ja, es sind auch zu viele, wie sagen sie immer, zu viele Alpha-Tiere. Nee, hast du überlegt, reinzugehen? Also, ich würde es nicht ohne Internet, Computer, Handy, würde ich es nicht aushalten, von daher, nee. Ja, nee, ich probiere das immer auf Kreuzfahrten, das ist immer ganz gut. Es geht auch noch ohne Handy und ohne Internet, mal so einen Tag lang oder so. Ja, einen Tag, aber du musst ja da ein Jahr lang oder länger dann. Ich war 14 Tage in Griechenland, also, Kinder schicken Geld nach Griechenland, ne? Weil, ich hatte 14 Tage lang kein Internet und kein Handy, gar nichts. Boah, das wäre immer nichts. Das wusste ich aber vorher nicht. Wenn ich darauf eingestellt gewesen wäre, okay, und die nächste Ortschaft war 40 Euro mit dem Taxi entfernt. Aber ich habe es überlebt. Hast du überlebt. Kein Problem. Aber dann könnte ich euch ja auch gar keine Podcasts mehr hochladen, wenn ich drin wäre. Von daher, also, tschüss. Das bringt so nichts. Doch, dann würdest du dich ins Handyland irgendwo unter der Decke verstecken. So, mit verstecktem Handy, dass jemand reingeschmuggelt hat, genau so würdest du mir dann bringen. Und dann würde ich dir immer eine Schokolade über den Zaun schmeißen. Oh, ja. Hast du gleich noch was zum Tauschen? Hm? Hast du gleich noch was zum Tauschen? Ach so, ja, Tauschwerung. Wie findest du Pemens Laden, wo er halt Schokolade und Bier verkauft zu sehr günstigen Preisen? Ach, dann merkt man doch, wie das der Pemens-Perser ist, ne? Kaufen wir ihn durch und durch. Er ist ein Schlitzohr. Für mich ist er ein Schlitzohr. Ich habe mal ein Buch gelesen, vielleicht kennen das einige. Schgit hieß das. Das ging um ein russisches Internat für Schwererziehbare nach dem Ersten Weltkrieg. Und die hatten ja auch nichts zu essen. Und da gab es dann in diesem Internat auch mal Bestrebungen, eigene Läden aufzumachen, um den Handel voranzutreiben. Und das endete dann nachher nur in Schlägereien. Also, ja, ich, naja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Pemens-Idee ist, ja, Vati find's gut, ne? Ja, ja, der ist ja da sehr gerne jetzt. Die wollen ja auch eine Bar jetzt bauen, ne, dass sie sich da richtig hinsetzen können, wie in einem Pub oder so. Ja, hab ich noch gar nicht mitgekriegt. Aber gut, es kann man daraus Schlussfolgern aus der ersten Idee, ne? Ja, sollen sie es mal machen. Ich bin nicht dagegen. Also ich finde die Idee gut... Sollen sie mal die anderen schön abziehen. Also ich finde die Idee gut, weil bei Luxusartikeln gab's ja immer wieder Streit, ob die bestellt werden müssen, vor allem im Tabak und im Alkohol. Und jetzt kann man das halt... Stimmt! Stimmt! Und jetzt kann man das halt über den Kiosk, also über Pemens Laden regeln. Wer halt was trinken will oder mehr rauchen will, als die Gemeinschaft gibt, kauft halt jetzt bei ihm ein. Und das Geld kommt ja dann wieder in die Gemeinschaftskasse. Also er nimmt es ja nicht selber für sich, um sich zu bereichern, sondern... Erstmal, erstmal. Erstmal, ja. Ja, ich finde ja, er sollte schon mehr Geld nehmen und es für sich behalten und dann mehr Sachen kaufen, also dass er ein breiteres Warenangebot hat. Aber mal gucken, wie er das macht. Er kriegt das schon bestimmt hin. Ja, er sagt ja, er will jetzt auch Pizza und Fleisch mit ins Angebot nehmen, ne? Oh, da muss aber André fragen. Ja, er sagte schon, ich muss verhandeln mit der Küche, ob ich da Lagerraum kriege. Da muss er ja normalerweise auch schon wieder Lagergebühren mitzahlen. Genau, dann könnte er ein bisschen gut mit Lagergebühren abzocken, so. Mhm. Na, mal sehen. Also mich interessiert da eher so dieses, an diesem Format ganz besonders, das war im Blick gerade nicht so, interessiert mich hier eher so das finanzielle, ökonomische, wie das alles hinbekommt mit dem Geld und da schaue ich eigentlich lieber zu, als wenn sich irgendjemand streitet. Und von da finde ich das schon mal ein ganz gutes Projekt von Peemen. Ja, aber Streit hast ja inklusive, das ist ja das Gute. Die haben mich ja auch ständig in den Haaren und haben aber immer was zu erzählen. Und das hast du ja ganz oft bei Webbrasser nicht, dass sie nur noch völlig lethargisch da auf der Couch liegen, müssen die Augen offen lassen, dürfen nicht schlafen, dürfen aber auch erst spät ins Bett gehen, müssen früh aufstehen. Und das finde ich hier ganz angenehm. Ja. Aber morgen ist ja dann ein Tag der Stille, was ich jetzt gar nicht gut finde. Also was soll ich da berichten, wenn da ein Tag der Stille ist? Ich habe morgen frei. Ich will keinen Tag der Stille. Ich habe es noch mal nicht an Utopia geschrieben. Das nervt mich total mit ihrem Tag der Stille. Er soll sich doch in ihr Erdloch verkriechen und dann drüber Kräuter und Strupp machen und weg, weg, weg. Ich will hören, wie die sich unterhalten. Ja, ich auch. Ich meine, dafür ist es ja da, dafür zahlen wir ja auch den Livestream. Ja. Ach man, Conny, ich weiß nicht. Das Einzige, was am Tag der Stille cool ist, war, ich habe gestern einen fetten Mittagsschlaf gemacht und hatte den Livestream so nebenher laufen. Und auf einmal springe ich fast aus dem Bett, weil da irgendein technisches Gerät, ich habe da nicht so viel Ahnung von. Wie heißt denn das? Es macht irre Krach. Man teilt damit Metall. Wie heißt das, Nick? Ja, die Flex. Genau, ne, mal im Ohr ging das los. Ah ja. Alter Schwede. Also, dass die Nachbarn sich da noch nicht aufgeregt haben, dass die da Tag wie Nacht und Feiertags wie Sonntags da Krach machen. So weit sind die Nachbarn ganz entfernt. Es haben sich wohl schon ein paar Nachbarn beschwert, weil auch halt ganz der Verkehr immer dort ist. den ganzen Autos. Und es sind ja nicht nur die, die wir sehen, sondern es ist ja auch von der Produktion. Die Leute fahren ja hin und wieder zurück zu den Schichten. Und da gab es schon ein paar Leute, die sich beschwert haben, dass zu viel Verkehr und zu laut ist. Ja, okay. Gut, dann hätte ich mir über ein Büdchen vor die Tür gemacht. Kaffee oder Würstchen angeboten oder selbstgewachsenes Boot. Ja, irgendwas hätte ich mir da schon einfallen lassen. So, Sushi-Themen, ne? Wie war das mit dem Perser? Ja, ich habe keine persischen Vorfahren. Nein. Ja, aber war jetzt auch schon eine Idee, die hätte auch Feiertag kommen können. Ja. Aber es ist eine gute Idee, ja. Das ist wirklich, also wenn das jemand hört von den Leuten, die dort in der Nähe leben, ja, das ist doch super. Dann machen wir weiter im Tagesablauf. Osterfest, also es sind zwei Gruppen reingekommen. Ungefähr schätzen wir so ein bisschen über 100 Leute. Ungefähr, ne? Ja, insgesamt, diesmal waren sie auch clever und haben die zweite Gruppe direkt am Eingang abkassiert, damit ihnen da nichts... Ja, man lernt aus seinen Fehlern. Finanzielle Verluste sind schmerzlich, ne? Ja, wobei ich das nicht so gut finde, dass sie da wirklich so viel Eintritt nehmen. Also, die sollen ja schon selber was schaffen. Also, ich sage mal, mit 5 Euro wäre es okay gewesen, ja. Ich finde es grundsätzlich gut, sie sollen Geld dafür nehmen, weil die Leute wollen ja dahin. Die wollen das ja auch sehen. Es treibt sich ja da niemand hin. Aber 12,50 Euro finde ich auch schon ein bisschen... Das ist schon heftig, ne? Ja, das finde ich schon echt ein bisschen hart. Vor allem, wenn du da als Familie bist und hast dann, na gut, Kinder zahlen irgendwie, glaube ich, nur 8 Euro. Aber dann bist du schon bei 25, 32, mit einem Kind bei 32 Euro. Und dann sollst du noch was kaufen. Ja, aber gut, vielleicht willst du auch mal ins Fernsehen, weißt du? Und du musst sagen, ha, musst du mal anstellen und hu, hu, na. Gibt es ja immer solche Geister. Also, ich fand heute, da war ein sehr familiäres Publikum unterwegs. Also, viele mit Kindern dabei oder ganz junge Leute. Irgendwie auch ein paar Schweizer sind sogar extra gekommen. Auch lustig. Ja, aus Kopenhagen sind sie da auch da, vom Kinder aus. Gibt es bei denen noch? Die haben noch was ersteigert, da komme ich gleich noch dazu. Also, bitte dranbleiben. Nach der Werbung. Ich esse gern Lachgurmis. Ja, also, wenn ein Sarribo was anbieten möchte, bitte gerne immer. Nee, das ist, glaube ich, Stork. Ach, Stork, okay. Ja, Stork. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke nicht auf die Packungkreise, die auf und stecke mir eine große Handvoll in den. Dann haben wir es beide erwähnt, es gibt auch noch Mauam und... Ja, Salos. Ja, wir nehmen da alles mit. Viel werden die ab so viel. Ja, also, allein mit den Besuchern, die sie abkassiert haben, mit 12,50 Euro, dürften ja schon bei... Na, ohne Kinder vielleicht bei 1000 Euro sein, die sie da schon mal eingenommen haben. Dann, als beide Gruppen drin waren, hat Dirk seine Begrüßungsrede gehalten. Also, D-E-R-K, wie Leonardo mal sagt. Ja, genau, ich schreibe ihn auch immer so, D, Leerzeichen, E, Leerzeichen, R, Leerzeichen, K. Ja, ja, habe ich schon gemerkt. Ich meinte zu, Leonardo, guck mal, sie schreibt das genauso, wie du es immer sagst. Er hatte Probleme mit den Namen, weil Dirk ist ja auch ein bisschen ungewöhnlicher Name. Also, Dirk kennt man ja, aber Dirk... Ja gut, er heißt ja, es ist ja nur sein Zweitname, ja. Dass er ihn dafür verwendet, ist ja auch okay. Wie ist dein Richter genommen? Hast du es gerade auf... Ich weiß das nicht, keine Ahnung, Sebastian oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ja, hat also Begrüßungsrede gehalten. Danach gab es das Theaterstück nochmal mit dem Osterhasen, der die Osterher... Oh, ich hatte ein Déjà-vu, ich hatte ein Déjà-vu. Nein, nein, ich mach das nicht. Ja, der Faddy hat also wieder den Osterhasen gespielt, sehr lustig. Peeman hat die Kuh gespielt, Dirk hat den Storch gespielt, heißt auch Storch. Wer war noch? Ach so, Conny hat die Hühner gespielt. Der hat dann auch schön rumgegackert, das kann sie sehr gut, finde ich. Ich hatte den verkehrten Ziemann, ich habe nur das Publikum gesehen, konnte aber in dem Moment nicht umstellen, habe bloß den Ton gehabt. Also, das stimmt schon mal vorher, die haben es ja schon öfter gemacht, gesehen. Ja, ich habe es, wie gesagt, ich war ziemlich textsicher. Genau, da gab es dann auch Beifall dazu und die Kinder sind dann gestimmt und haben die Osterhaar gesucht. Das ist ganz gut angekommen, würde ich sagen. So, dann komme ich jetzt zu dem dänischen Pärchen, die nämlich etwas gesteigert haben. Nämlich die, und wie findest du die, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ich habe den nicht gesehen, den Jutebeutel. Oh! Ja, so einen komischen Stoffbeutel mit der Unterschrift vom Arche-Gründer. Nicht Arche übrigens, Arche. Die haben immer alle Arche gesagt. Woher sollen sie es wissen? Und jetzt schätzt mal, wie viel Euro dafür reingekommen sind. Oder weißt du das? Ja, ich weiß, 115, ne? Ach, du warst schade. Okay, ja, 115 Euro, genau. Wenn der Leonardo zurückkommt und wir machen dann doch nochmal zusammen vielleicht einen Podcast, dann können wir kurz vor Weihnachten, steigern wir dann auch YouTube-Beute mit unseren drei Köpfen drauf. Ey, das ist eine gute Idee. Ich brauche aber richtig Kohle mit. Ihr müsst natürlich alle bieten, ne? Ist klar. Und die lassen wir von Caro malen, oder wie? Also ich kann nicht malen. Nein, die lassen wir einfach bedrucken, ganz billig irgendwo. Ganz billig, die Leute ausbeuten dabei. Das ist doch alles super. Ich glaube, einer von uns fährt hin, gibt Caro schnell den Beutel hier. Mal mal kurz ein Foto. Mal mal kurz ab. Ja. Ja, war sehr wahrscheinlich nicht. Einenfalls hat sie es mitbekommen, dass die Dame, die 115 Euro geboten hat, das gar nicht so viel Geld mit dabei hatte. Ne, ich habe mich auch gefragt, woher die so viel Geld haben. Aber bei normalen Versteigerungen hat man da auch immer so viel Geld dabei. Aber hatte sie schon nicht. Und wie ist es dann ausgegangen? Sie durfte es trotzdem mal halten, oder was? Ich denke mal, sie kann es überweisen. Ja. Sie hatte ein 15 dabei, oder wie fährt sie dabei? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber jedenfalls nicht alles für die 115 Euro. Da spielst du gerade nicht so durchgeschmiert. Ich fand das nicht so interessant. Also ich hätte jetzt auch nicht so viel für die Tasche geboten. Also ich fand das schon ein bisschen übertrieben, oder? Ah ja, ich weiß nicht. Ich habe die ja gar nicht gesehen. Aber Jutelbeutel stelle ich mir so ein beiges Teil vor, was dann sehr schnell den Dreck anzieht. Was immer irgendwie total eklig aussieht. Aber nee, 115 wäre es mir nicht wert gewesen. Nein, definitiv nicht. Ja gut, vielleicht hängen sie sich das in Kopenhagen dann im Kinderhospiz irgendwie an die Wand oder so. Kann ja sein. Kann sein. Ist ja okay. Der Offenbarator war der Fadi. Der hat das auch ganz gut gemacht. Hat er nicht schlecht gemacht. Ja. Hat er gut gemacht. Vor allem mit dem, wo dann keine Gebote mehr kamen, alle Hände hoch jetzt, wäre es über 50. Weil das Hand hochheben praktisch erst in 5-Euro-Schritten, dann in 10-Euro-Schritten den Betrag gewählt hat. Und wenn jetzt sich jemand gemailt hätte, wäre der Preis natürlich angestiegen. Ein Kind hatte auch mitgeboten, ich glaube im 45er-Bereich, für ihre Eltern. Die haben dann schnell gesagt, nicht mal weiter, nicht mal sagen. Ja, aber das hat sich gar nicht beirren lassen. Haben die halt Pech gehabt, hat er das dann gesagt. Ja, genau. Ich finde ihn ja echt lustig. Ja, ich mag ihn auch, er hat das sehr gut gemacht. Ja, das ist sein einziges Laster. Er sollte sich wirklich vom Payman, das ist der Shop wieder gut, wirklich den Alkohol zuteilen lassen. Weil er hat das auch bei dem Theaterstück ganz toll gemacht, hätte ich nicht gedacht. Und er bringt das auch sehr oft auf den Punkt, um was es gerade geht. Und er lässt sich auch von Sandy nichts bieten. Der gibt ihm ja auch immer Kontra. Also Fadi fand ich super. Boah, ich dachte erst, oh, 61 Hartz-IV-Empfänger, na toll, es wird ja wieder lustig. Die ganze Zeit nur jammern, wie schlecht es jetzt ist. Aber nein, macht er nicht. Nee, macht er gar nicht. Auch mit dem Spruch, mit dem Sie ihn zuerst aufgezogen haben, aber den er, glaube ich, selber auch gesagt hat, er will die Mauer wieder aufbauen. So ist er ja gar nicht. Nee, nee, nee. Er hat sich schon weiterentwickelt seit 89. Das ist schon okay. Und er hat ja auch gearbeitet. Also, dass er jetzt vielleicht gerade Hartz-IV-Empfänger ist, ist in dem Alter nun mal nicht so was ganz ungewöhnliches. Nee, findet man vor allem im Osten nicht so leicht was. Ja, genau. Aber vielleicht sieht das der eine oder andere jetzt. Vielleicht fängt er auch beim, wie heißt er, Elektriker Röse an. Röse, ja. Ja, genau, der ist ja ganz begeistert von ihm. Habe ich neulich auch gehört, dass der meinte, am Anfang hätte er gedacht, oh Gott, oh Gott, dem traue ich gar nicht zu. Und mittlerweile meint er, findet er ihn richtig gut, der macht alles richtig und ist sehr begeistert von ihm. Ja, er darf da bloß eben nicht betrunken neben ihm stehen. Ich denke mal, da war Röse sowieso schon geladen, wo er da die halbe Stunde oder dreiviertel Stunde vor der Tür stand. Also mit der Klingel, das geht ja auch gar nicht, oder? Nee, das geht gar nicht. Habe ich auch schon so oft gesagt, die müssten endlich mal, wenn es eine Funklinge ist, ne? Also, sich da was anbauen. Ja, die hören ja auch nicht mal das Hupen oder wie auch immer. Aber hast du das gestern gesehen? Das war doch so geil, wo der den Hund abgeholt hat, der Jens. Der stand ja da auch vor der Tür und dann kam noch der André angefahren auf diesem Fahrrad ohne Reifen und hat dabei Bandband gesungen. Ich habe so gefeiert. Ich habe das so lustig. Und dann meinte er erst mal, ach, ich gucke jetzt mal Post da ist und wollte dann wieder umdrehen, so aus Spaß. Ja, André ist schon lustig. Also, ich habe einen Nachbarn gehabt, der ist den Kopf größer als der André, sieht genauso aus, hat auch so ein loses Mundwerk. Die sind halt so, wie sie sind, ne? Die muss man so nehmen, wie die kommen. Ja. Manchmal nervt er halt, wenn er so viel singt. Naja. Aber ich glaube, er kriegt das jetzt auch immer gesagt, dass er nicht so viel singen soll. Und er kann auch die Texte nicht, ne? Also, das ist ja auch, glaube ich, English for Runaways. Ja, also in Beatboxen ist er wesentlich besser als in Texte. Und er ist ein wirklicher Koch. Also, das muss ich sagen, ich habe ja auch Koch gelernt. Wenn der Kartoffeln schält, da kommt unser Eins so schnell nicht mit. Dass das immer alles Matschepampe ist, das liegt einfach darin, dass es vegetarisches Essen oder veganes Essen ist. Da kannst du nicht so viel zaubern. Das sieht nachher meistens aus wie Matschepampe, wenn du für 15 Leute kochst. Wahrscheinlich, ja. Eben auch, du hast ja auch, du hast ja auch nicht die Gerätschaften. Er muss ja in drei verschiedenen Töpfen das gleiche kochen. Ja, das ist schon nicht einfach, der Job da. Eigentlich bräuchte er einen richtig großen Topf und, also mehrere und, aber ja, das stelle ich bestimmt kompliziert vor, ja. Das macht man. Und der eine isst das nicht und der andere isst das nicht. Und dann immer dieses vegane Gegesse da. Puh. Dann war noch im Mosterfest diese Traktorfahrenaktion, wo ich mich frage, was sind das für Eltern, die dann ihre Kinder da, ist das nicht gefährlich? Ja, mein Gott schön. Ich bin mal als Kind mit meinem Opa mal Traktor gefahren, das rüttelt und schüttelt ja doch ganz schön so. Ja, aber das ist doch, wenn da statt Kinder sind, das ist doch super. Kuh anfassen und feststellen, die Kuh ist braun, nicht Lina und mal noch mit dem Trecker fahren, ist doch super. Bin ich schon mal Trecker gefahren? Ich weiß es gar nicht. Mein Opa hatte so eine solche alte Gartenfräse. Da saßen wir immer hinten drauf auf dem Hänger. Naja, gut. Na, für die Kinder auf jeden Fall ein Event, ja, na klar. Hast du das gesehen, wo die ganzen Kinder im Hühnerstall waren und die Hühner gefangen haben? Nee, 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 nee. War Fatih mit dabei oder? Nee, Caro. Wer hat das beaufsichtigt? Caro. Caro. Da habe ich mich ja so gewundert, dass Caro das tut, aber Caro sagt ja mal, sie kann nicht gut mit Kindern und wahrscheinlich hat sie sich einfach nicht getraut, da was zu sagen. Aber das war schon sehr Chaos. Dass die Hühner da so ruhig geblieben sind, hat mich gewundert, weil einige Kinder haben echt die Hühner gefangen, festgehalten, auf den Arm genommen. Mal fest zugedrückt. Ja, ich denke mal, da gibt es die nächsten Tage keine Eier mehr, aber jedenfalls nicht mehr. Ja, und dann kommt wieder, wie heißt die, die Romi kommt dann wieder und dann musst du erst mal wieder bandagieren, den Hühnern dann Gips anlegen und so weiter und so weiter. Also früher bei der Oma wären die Hühner nach vorne gelandet. Zack, bumm. Oh, ja. Nur einmal geknallt und dann wäre das gut gewesen. Na, vor allem die Romi war ja nicht mit dabei, aber sie ist einmal dazugekommen, hat halt durchgeguckt durch den Zaun und ist dann wieder gegangen, wo ich gedacht habe, hm, wieso sagt sie jetzt nichts? Nee, die sagte, Kundschaft, gleich gibt es gar nichts. Achso, ja. Achso, ja, von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet, das stimmt. Ja, die Romi war ja wohl... Steht die Romi auf den Lennert? Muss sein. Sie hat die ganze Zeit mit ihm geredet, aber sie war wohl mit ihrem Freund da, habe ich gelesen. Achso, na gut, wir haben nichts gesagt. Ja, aber es stimmt schon, die haben sich schon echt lange unterhalten. Und danach hat Lennert dann noch so eine Blondine-Schülerin bei sich gehabt, die wohl wieder nach Berlin ziehen will. Und die nochmal kommt, was mich wundert, weil es hieß doch immer, man darf nur einmal rein, aber sie meinte, sie hat schon einen Termin fest, dass sie nochmal Sport, Fitness mit Hans macht. Ja, gut, das ist vielleicht, das ist schon wieder eine andere Geschichte, weil sie dann ja Geld bringt und bezahlt sie dann auch 50 Euro oder was? Ja, ich weiß nicht, der Volker bezahlt ja 500, ne? Ja, 10 mal, eine 10er-Karte, wie Hans so schön sagt. Na ja, dann wird es 50 Euro sein, Tatsache, ja. Ja, und Volker war doch heute ja auch dabei, oder wie? Der war auch da, mhm. Ja, eigentlich durfte er jetzt da auch nicht rein, oder? Eigentlich durfte er. Aber Volker ist ja schon ein VIP. Ja, wahrscheinlich, ja. Volker darf bestimmt auch schon selber in den Kühlschrank gehen oder so, aber er darf ja nicht, der soll ja abnehmen. Eben, der soll ja abnehmen. Da stopfen sich dann 10 Pioniere auf ihn und reißen ihn an den Bein direkt von dem Kühlschrank, geht das Kilo 10, wir kriegen da Geld für. Ja, genau. Wie ist das eigentlich mit dem, fürs Kilo Geld, das habe ich gar nicht wirklich mitbekommen. Wir müssen, also Zeit, Volker, den da nochmal extra was brauchst. Also er kann extra verweilen, leg das Geld auf den Tisch. Ja, okay. Wenn der eigentlich so verloren hat, 10 Euro oder so. Ich meine, für das Geld kriegt er ein 3-Jahres-Abo für ein Fitnessstudio, oder? Ja, ich kriege da was für eine persönliche Betreuung. Das musst du mal so sehen. Und der ist auch nicht im Fernsehen. Und ich denke mal, dass es auch vielleicht dieser Druck ist, dass er sagt, ich gehe da rein, jeder kann das beobachten, wie ich abnehme und wie ich Sport mache, weil ich bin auch so eine faule Socke. Wenn ich da kein Ziel habe, dann gehe ich zweimal in der Woche, dann einmal, dann einmal im Monat. Und dann irgendwann dachte ich, jetzt kann sie mal langsam kündigen. Ja, das kann sein, dass es ihn dann zusätzlich motiviert, dadurch, dass er es halt im Fernsehen ist. Ja, und vielleicht mag er den Hans auch wirklich und sagt, okay, ich unterstütze den und das passt mir jetzt alles so gut. Und die Motive des Menschen, ja, das ist sehr süß. Und unerkannt war. Ja, genau. So, dann gibt es noch eine gute Nachricht für Kalle und für Caro. Die haben ja, wie gesagt, gestern diese Hühner bemalt, 26 Stück. Und die sind alle weggegangen, alle verkauft. Die waren rucki-zucki weg, ne? Die Menschen nach der ersten Gruppe waren die schon alle weg. Also, hätte er noch mal das Doppelte machen können. Die wären wahrscheinlich auch noch weggegangen. Das heißt, auf jeden Fall 260 Euro Einnahmen. Das heißt, die können sich diesen Zaun auf jeden Fall leisten. Ja, aber überleg doch mal, Nick, was die da an Geld in die Viecher reinsteckt. Wie ich schon vorhin sagte, bei meiner Oma hätte es einmal kurz geknallt und das wäre es gewesen. So ein Spektakel gab es da damals nicht. Ja, aber die hatten auch bestimmt Auslauf trotzdem, oder? Ja, die hatten schon Auslauf. Aber wenn da ein Hund irgendwie mal gehustet hat, dann war es das. Na gut, na, das ist halt die Karo. Ja, die mag das halt nicht, wenn da so ein Tier halt sterben muss. Ich meine, dafür hat sie sich ja auch selber jetzt gepflegt und gefüttert. Ja, man muss sich dann über was selbst halten da an dem Ding. Über eine Utopia, ne? Ist schon okay. Lassen wir sie machen. Ich denke mal, es wird vielleicht noch das ein oder andere Tier auch erkranken und vielleicht auch sterben. Und dann sieht man das vielleicht eher nochmal anders. Aber jetzt natürlich, ist klar. Ja, nee, aber ich freue mich, dass sie jetzt den Zaun also finanziert bekommen haben, ganz alleine, ohne dass die Gruppe davon was abbekommt. Er hat es auch nochmal gesagt, davon wird kein Pizza und kein Wein gekauft, sondern wirklich nur für die Landwirtschaft wird es investiert. Der Fadi hat da nochmal Fadis Hühner-Show vorgeführt. Ihr wollt mich doch wohl nicht in die Nase picken? Ihr wollt doch wohl nicht in meine Nase picken? Das ist doch allerliebst, ja. Ist schon echt lieb, wie der mit den Hühnern redet, oder? Also ich gucke mich das sehr gerne an. Das ist Wahnsinn. Dann gab es noch die 99 Luftballons, haben die gesungen, die Nummer. Da hat ja auch sogar der Sandy mitgemacht. Ja, war doch süß. Also jedenfalls das erste Mal bis zur zweiten Strophe. Das Lied ist nicht einfach zu singen, das muss man dazu sagen. Ja, gut, Zendina wieder mit seinem Krieg und das war ja nur eine Plattform für ihn. Aber naja. Aber das Sack hat heute nicht sein. Nee, danke. Oh, ein Schmerzen, Aua. Ja, und ansonsten sind jetzt alle schon, glaube ich, langsam am Gehen. Also ich glaube, Osterfeuer scheint dann schon beendet zu sein, so wie ich das hier... Schaut mal auf die Uhr. ...einschätzen kann. Dann bin ich mal gespannt, wie die Auszählung, wie viel Geld die heute eingenommen haben. Das werden wir uns leider nicht mal in dieser Sendung unterbringen. Aber ich schreibe es dann auch mal in die Beschreibung rein am besten. Die eine hat so beim Facebook-Shirt geschrieben, wohin muss ich so lachen. Also ich schreibe mir dann immer lila, ne, Teddy? Zählt das Geld. Zu viel. Komma. Muss weg. Saufen, Party. Ja, aber ich finde das ganz gut, dass die saufen und Party machen. Das hatten wir bei Big Brother ganz oft nicht. Und der Big Brother Alex, der hat auch immer gesagt, schick da Alkohol rein, schick da Alkohol rein. Und schon läuft das. Weil dadurch entwickeln sich ja immer Dinge, die sich sonst im Hellen und im Realen gar nicht entwickeln würden. Dass eine Auri mit einem Sebastian züngelt. Ja. Aber es ist ja so, der Alkohol lockert halt die Zunge und ja, na klar, es ist schon, diesen Brief, der da damals kam, ich glaube auch nicht, dass da wirklich von jemandem echten geschrieben worden ist, sondern wahrscheinlich einfach von Talpa da. Da sind alle erwachsen, die können so viel rauchen und trinken da drin, wie sie möchten. Eigentlich schon. Außer Steffen, ne, da wirklich, ähm, vielleicht mit P-Mann da ein bisschen, na, sollten ein bisschen kummeln, dass der P-Mann vielleicht da ein bisschen aufpasst, dass der Steffen nicht so viel trinkt, weil er zählt ja wirklich Käse. Also, das ist so. Vielleicht sollte, vielleicht sollte Steffen mal in P-Manns Laden, äh, mehr investieren, sodass dann halt, wenn Alkohol weggeht, er selber vielleicht auch davon, äh, was Finanzielles hat, dann ist er vielleicht daran interessiert, äh, ach, das ist jetzt noch nicht durchdacht, ich muss das nochmal überlegen. Machst du beim nächsten Mal, ist nicht schlimm. Gut, dann habe ich ja immer einen Quoten-Update, äh, in der, äh. Oh ja, erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal. Und das habe ich natürlich auch heute wieder. Ja, äh, es gab, komischerweise, gestern war Feiertag, trotzdem gab es eine Utopia-Sendung. Und da waren die Quoten ja zuletzt, äh, wieder gestiegen, jetzt ging es aber wieder zurück. Wir haben insgesamt 9,3% Marktanteil, das sind 1,46 Millionen Zuschauern, bei, ab drei Jahren. Ja, aber sag mir doch mal, ja, diese Quotenzählung, das nervt mich ja sowieso, Mann, da könnte ich ausrasten, ab drei Jahre. Also, 19 Uhr ein Kind von drei Jahren halt im Bett zu liegen. Ja, aber die, ab drei Jahren wird halt den ganzen Tag gezählt, also. Ja, trotzdem, ne? Und alle bis 49 werden da gezählt. Genau, also jetzt bis 49, da waren es, äh, 9,3%, also auch so ungefähr wie in den, wie in der Gesamtzielgruppe, das waren 740.000 Zuschauern, hat für Platz 16 wieder gereicht, also auch da stabil. Und bei 14 bis 59, oh, auch Platz 16, 10,9% und 1,15 Millionen. Die Tageszusammenfassung ist aber in den letzten Tagen, meiner Meinung, ne, sehr viel besser geworden. Die zeigen endlich die ganzen Quereien, also die Streitereien. Ähm, es ist nicht mehr so, 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 es war immer so schmusig und diese Musik, das hat mich wahnsinnig gemacht. Jetzt zeigen sie echt mal ein bisschen was aus dem Tagesablauf und wie sie sich gegenseitig behaken und das wollen die Leute. Einfach sehen bei Reality. Das ist wichtig. Meine Meinung. Mir ist grad, ich seh grad hier, ich stehe Daten vom 2. April bei ab 3 Jahren und bei 14 bis 49 steht, äh, 3. April. Also glaubt. Bei wie bist du denn, bei Quotenmeter oder bei DWDL? Bei DWDL. Also glaubt jetzt einfach nur die Daten vom... Die haben auch gesoffen. Wahrscheinlich. Also glaubt jetzt einfach nur die Daten, die 14 bis 49 sind oder die haben halt einen Tippfehler, aber es kann eigentlich nicht, warte mal, ähm, Erfolgreiche Sendung, Willkommen bei Carmen Nebel, war die am 2. oder? Äh, 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 keine Ahnung, müsste ich in die Programmzeitschrift schauen. Keine Ahnung, die ist weit weg. Bei den 40, 42-Jährigen am 3. April, Erfolgreiche Sendung, Merida, Legenden, was, Legenden der Highlands mit 20%. Das hab ich gelesen, da wusste ich schon nichts mit anzufangen. Ja. Ich guck nur Game of Thrones, dann hört's bei mir mit Fantasy etc. auf. Game of Thrones ist schön, sollten wir auch mal einen Podcast drüber machen. Können wir gerne machen. Kein Problem. So, dann weiß ich nicht, äh, Kassel, schlurzt ja, glaub ich, Quatsch, weil wir haben heute Abend eh einen neuen Kontostand. Ja. Äh, den, wie gesagt, würde ich da noch runter, äh, darunter schreiben. Ja, ist bei dir noch irgendwas, äh, ist dir noch was aufgefallen beim Zuschauen oder noch irgendwas, was du sagen möchtest? Hm, nee, jetzt so speziell nicht, aber so, alles gut. Okay. Alles gut, ja. Dann bin ich mal gespannt, wie ihr jetzt, äh, diese neue Kooperation mit, äh, mir und, äh, Sushi fandet, oder findet. Ähm, ja, dann war's das auch schon für heute. Dann, äh, kennst du eigentlich den Spruch, den ich immer zum Schluss mache? Ich kenn den, aber da bin ich dann meistens schon eingeschlafen. Sag mal nochmal. So schön, alleine machen. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören und, äh, hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Morgen wahrscheinlich bin ich alleine, oder? Ähm, nee, morgen würde es vielleicht, ich gehe jetzt über die Feiertage. Ah, okay, dann vielleicht. Außer es kommen ganz viele Kommentare. Tu die schreckliche Frau weg. Ne? Glaub ich nicht, glaub ich nicht. Ja, tu die weg. Nein, wir wollen die nicht hören. Okay, nein, glaub ich nicht. Dann vielleicht morgen wieder mit, äh, Sushi, vielleicht auch mit Leonardo, man weiß es nicht. Ja, es wär doch gut, aber der ist noch verschollen. Ja, ist noch verschollen, genau. Okay, dann, wo immer ihr seid, beim Pantinschauen, äh, beim Abwaschen, beim Bügeln, Wäsche machen, wünsche ich euch, wünschen wir euch einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Nachmittag oder schönen guten Abend. Adios. Dann bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.